Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe euch gehts gut genauso. Letztes Mal habe ich ja hier ein Youtube-Video gemacht, Freunde. Habe alles umsonst gemacht, habe alles umsonst hingelaufen, weil man im Hintergrund so schlecht gehört hat, Freunde. Das heißt, ich hoffe jetzt es nicht so allzu schlimm hat, wo ich geredet habe, denn echt... Also man hat gar nichts richtig verstanden. Nee, man hat einfach gar nichts verstanden. Man kann einfach nicht richtig verstehen. Ja, jetzt haben wir es mal ein bisschen draußen und rechts neben dran gemacht, Freunde. Also am nächsten Tag habe ich das jetzt gedreht. Also das ist jetzt heute live. Und das andere Youtube-Video, das habe ich ja gelöscht, weil es ja nichts gehört hat. Also da bin ich gestern. Das heißt, das ist heute. Da habe ich es heute nochmal neu versucht. Also, Flugzeuge liebe ich über alles, Freunde. Es ist richtig nice, wie man langt. Irgendwie erinnert mich immer die ganzen Erinnerungen, wo ich mit meiner Mutter... Aber gut, jetzt muss ich wieder weinen. Es ist echt schön, was wir zu Zeiten erlebt haben, wo mein Vater achtet alles. Also, heute ist es mal Thema... Wollte ich mal sagen... Moneyboy. Genau, ich finde Moneyboy und die ganzen... die Gang und die ganzen Leute, wie die alle heißen, finde ich eigentlich richtig... Nicht finde ich eigentlich, sondern Sinn eigentlich. Okay? Nur, das Problem ist, ich will halt mit dem was sie machen. Das ist halt einfach... Ich habe letztes Mal sie bei Twitter geschrieben, dann haben sie wieder geschrieben. Das heißt, eins zu eins der Ausgerechtlichkeit. Das heißt, wenn ich sogar zwei Mal habe ich geschrieben. Aber... Also, ich meine jetzt ganz viel geschrieben, und das dann zweimal insgesamt. Das heißt, eigentlich, Freunde, verstehe ich nicht ganz genau, warum die nicht zurückschreiben. Aber... Vielleicht haben sie auch keinen Bock mit mich. Also, es ist extrem schade, Digga. Muss ich ganz ehrlich sagen, Digga. Ich wollte jetzt auch kein Hate-Video sagen, Freunde. Aber... Überall... Von Deutschland hält es einfach mach ich nach Rat. Ich glaube, die ganzen Gäden halt nicht, dass ich mit denen was machen wollte. Jetzt habe ich es mal auf YouTube raus. Vielleicht... Was ist jetzt passiert? Ah, Nic. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass ich ein bisschen mehr Erfolg habe. Würde ich mal behaupten. Erfolgreicher. Und ja, unterstützt es einfach. Ja, meine Freunde, ich habe mich lieblich eigentlich, Digga. Offen, ich habe Musen gesagt, Digga. Medikamenten werden auch, Digga. Ich feiere mich eigentlich richtig. Aber wenn man halt sich nicht melden, dann kann man ja auch nicht zusammen was machen. Arbeiten und so. Gut, jetzt klingt jetzt ein bisschen dumm. Bearbeiten, äh, Arbeiten. Vielleicht habt ihr auch keine Gummeln. Aber eine Nachricht wäre jetzt eigentlich schon mal... Aber eigentlich feiert die mich, Digga. Also Moneyboy auf jeden Fall. Und die ganzen anderen Leute kann ich nicht beurteilen. Also ich habe es mal gehört von und an, dass Moneyboy mich richtig feiert. Aber die anderen... Ja, keine Ahne. Ihr müsst mir halt einfach ein bisschen antworten, dann wird es auch klappen. Und ich hoffe, wir können raus zusammen. Tschüss eigentlich, Wiederschauen. Tschüss. Tschüss.